Einer kleinen Abendessen-slash-Futterpause hier weiter. Wir haben Eisen und kaum mehr Holz, was ich persönlich relativ schlecht finde. Allerdings nehmen wir das bisschen Holz, das wir noch haben, jetzt wieder mit und craften uns was Schönes daraus. Und zwar bei unserer Klöppel hier, fast Alice, failed. Ein kleines Schwertchen. Und weil wir ja nicht krepieren wollen... Wie rum ging das? Ein Eimer. Der ist aber nicht aus Eisen. Hose ging andersrum, das ging andersrum. Ah, eine Schere, genau, die brauchen wir sowieso. Falls wir denn wirklich Schafe finden, dass wir ja nur ein Schafen im Optimalfall brauchen. Das heißt, die restlichen Eisenstrecke tun wir gerade hier rein. Was können wir hier sonst noch lassen? Futter brauchen wir. Sätzen brauchen wir, Zäune brauchen wir nicht. Die können wir hier lassen. Was wir vielleicht machen könnten... Ich habe aber keine Ahnung, wie es geht. Da bin ich komplett überfragt. Wir können auf jeden Fall die Polen hier machen. Mit vier Pilzen und... Wir wollen die Pilzen auch machen, aber ich weiß nicht wie. Hier. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Aha. Ich habe keinen Plan. Vielleicht muss ich Pilz erst... Ah, jetzt geht's. Das finde ich gut. Ich will es erst braten. Geht nicht. Was gibt es denn sonst noch? Oh, ich habe keinen Plan. Ähm, rausgehen. Es ist wieder Nacht. Ah, ich kann kotzen. Also wollen wir noch kurz hier ein bisschen rummachen. Die Seeds können wir auch weglegen. Die Kacke hier jetzt anscheinend auch. Ah, da sind wir so. Das heißt, wir haben hier Bodenplanks, Cobblestone und Död. Als Material. Das hier als Deckzeug. Äh. Ja. Und diese Setzlinge hier. Ich tue das hier gerade mal so sortieren. Und ein Omnomnom. Wobei ich jetzt gerade noch Lust habe, was zu futtern. Ah, lecker, lecker. So, futtern haben wir anscheinend genug. So, aber ich habe ja kein Problem, was ich machen soll. Ich denke, ich warte mal wieder. Och, Menno, bis Tag ist. Wir sehen es dann beim nächsten Morgenraum. Und zurück bei Tagesanbruch. Hier jetzt wieder ein bisschen hell und so. Und wir können endlich raus. Auf dieses Mal endgültig. Schafe und Kohle suche. Und vielleicht ein bisschen zander. Nein. Fick dich. Fick dich. Oh, fick dich. Bleib von meiner... Weg. Fick dich. Nein. Nein. Das war meine Treppe. Du, Mongo. Du zerstörst mein Haus. Och, Creeper sind gemein. Das finde ich sehr unsozial. Heißt, ich bin jetzt hier eine neue Treppe. Aha. So, und so. Jetzt habe ich so einen Abgrund direkt von meinem Haus. Geil. Das war doof. Äh, ich fülle dir mal kurz ein bisschen auf. Auch nur ein bisschen. Äh. So. Und so. Und so. Das gröbste beseitigt. Okay, zurück zum Plan. Wir suchen Schafe. Und fallen in das Wasserloch. Ähm. Wir suchen Schafe und Kohle. Für Schafe müssen wir wahrscheinlich ein wenig weiter weg. Und Kohle sehe ich da rechts schon. Und dann ist das. Das ist Kohle. Auch wenn sie relativ weit oben ist. Mal auf die Toh. Ach genau. Was mir bei Minecraft im Letz aufgefallen ist. Ich habe hier so komische Ansicht, dass wenn ich mir das angucke. Das sich so zerrt. Ich weiß nicht. Das ist komisch zu beschreiben. Das ist einfach, wenn man seitlich guckt. Das ist die Linie zerzehrt. Das kann ich euch im Haus gleich besser zeigen. Ich weiß nicht. Im Moment ist es kaum. Nein. Ah, genau. Was wir auch noch sagen können. Ich habe volles Leben, weil ich jetzt gepennt habe. Da oben die Kohle. Na, sehr geil. Wie auch immer ich da dran. Ah, da ist nur die Kohle. Denkt noch sympathischer. Doch, diesmal nur die sympathische. Ähm. Nehmen wir also das hier. So. Äh. Wir greifen zu unserer Spitzhacke. Holen uns bitte da noch den Cobblestone. Und die Kohle da oben. Und genießen die Adel da oben. Und ich glaube, ich passte mir gerade einen kleinen Weg da hoch. Nein. Der muss bleiben. Ich brauche ja noch eine Treppe, um die Möglichkeit hochzugehen. So. Ah. Nein. Ich will da oben bleiben. Und hier ist ein ganzes, wo die Kohle abbauen. Ja. Angenehm, Kohle. Kohle braucht man als Basis. Am Ende hat man sowieso genug davon. Aber man braucht sie. So. Wir wollen also hier ganz gemütlich die Kohle abbauen. So. Wollen wir noch ein bisschen Stein. Aber auf jeden Fall. Weiß Steinraum für einigermaßen okaye Werkzeuge. Und natürlich auch sonst ist Stein nie falsch. Etwas Stein zu besitzen ist immer gut. Heißt, ich bastle hier gerade ein bisschen in der Wand rum. Dass es möglichst unnatürlich aussieht. Heißt, ganz, ganz, ganz und quer. Ah, das war da. Das war doof. Äh, ich könnte jetzt auch versuchen mit meiner Holzspitzhacke irgendwas zu reißen. Aber das ist mir jetzt ernsthaft zu dumm. Heißt. Äh, wie viele Stein habe ich denn? Ach, 30. Das genügt. Kohle kurz im Inventar, dass ich hier Platz frei habe. Ah, das war doof. Und jetzt gehe ich mal hier hinten kurz auf Schafssuche, wo ich schon hier bin. Heißt, hier lang, hier lang. Oh, da unten. Das sieht mir schon so aus. Vor allem sehe ich hier Kohle am Eingang. Das finde ich immer gut. Das ist das falsche Werkzeug. Na klar, hau mit einem Schwert auf Kohle drauf. Vielleicht finde ich im Eingang ja noch was. Tief in die Höhle will ich im Moment noch nicht. Weil die Gefahr, dass ich sterbe, ist relativ groß. Und mit der Ausrüstung, die ich im Moment habe, komme ich nicht weit. Das hört sich auf jeden Fall beängstigend an. Miep. Weg will. Na, ich hole mir beim Kohle-Stück hier auch noch gerade. Okay. Ist mir... Ich passe nämlich hier so seitlich runter. Ich will da nicht runterfallen. Zu hohes Risiko. Äh, da unten ist noch mehr Kohle. Aber das ist mir gekonnt egal. Ist hier im Eingang noch irgendwas? Nein. Also will ich da nicht runter. So, hoffentlich habe ich jetzt nicht Orientierung. Nein, natürlich nicht. Ein bisschen Sandstein. Da links geht es zu meinem Haus. Wir wollen weiter hier lang und noch Schafe suchen. Ich zöge auf jeden Fall mal meine Axt, falls mir wer über den Weg läuft, den ich schnetzeln kann. Außer dieser verdammten Schweine. Heißt, ich will wieder Schweineschnetzeln. Weil es mir gerade so ein Weg sind, mich so aufregen. Also guck mal her, meine Schweinchen. Ach, scheiße. Ihr seid derbisch. Ach, lauf nicht vorne weg, Alter. Ich will dich töten. Also lauf nicht, will ich nicht weg. So. Ich sehe noch mehr Schwe... Ach, Gott. Wieso sind hier eigentlich nur Schweine? Ich kann mich nur wiederholen. Schweinerei. Allein wette zum Metzger ernsthaft. Schafe! Oh, love it. Love it. Das ist ja die reiste Farm. Come on. Schafe. Wolle. Ich liebe Wolle. Ich liebe Schafe. Ich liebe Schafe wegen Wolle. Und du auch noch. Du auch noch. Komm. Lass dich ein Wollen. Na, wie hieß es? Scheren. Genau. Lass dich scheren. Wobei, ich fände Kühl jetzt sehr sozial. Könnte ich mir eine kleine Rüstung craften? Wenn es hier denn welche gäbe. Okay, aber was ich auf keinen Fall will, ist mich zu weit von meinem Haus. Zu einem Fernseher habe ich gearscht. Auf gut Deutsch. Heißt, ich begebe mich... Ach, komm. Schweine. Ihr geht mir gerade so auf den Senkel. Sterben alle. Also nicht alle, aber du zumindest auf jeden Fall noch. Hier. Und weil wir so nett sind... Weil wir anders da oben gerade. Ah, noch ein Schwein. Steht du auch noch. Ich begebe mich langsam auf den Rückweg. Diese kleine Arsche hier. Gibt's ja gar nicht. Schön. Hier gibt's also Schafe. Schwein, du stehst den Weg rum. Gut. Ich hab eine persönliche Abneigung gegen Schweine. Yay. Ähm. Du stehst da gerade so schön mitten im Weg, wo ich eigentlich lang will. Was haben wir denn hier? Ah, der sieht besonders aus. Heiß, der will. Ah, jump, jump. Gut, gut. Hier hoch, hier hoch. Hier lang. Und darüber. Was ist das denn da unten? Kohle. Und eine Hülle. Egal. Die Kohle nämlich. Mieter, ich bin zack mit. Unsere Mission, Kohle und Schafe zu kriegen, war erfolgreich. Mission Success. Yay. Aber ich will jetzt nicht die ganze Kohle abbauen, das ist mir jetzt zu mühselig. Ich will zurück. Hm, hier lang. Äh, so, so, so. So, wir haben uns weit von uns ins Haus entfernt. Wir wollen jetzt erstmal hinten ein bisschen umbasteln. Ich könnte auch noch... Ah, ich will ja Kohle. Ein bisschen. Nein. Doch. Also, nein. Nicht, dass da Holz. Ich bräuchte noch ein wenig Holz. Dann kann ich wieder mit meinem Haus umbasteln. Ich hab mir nämlich gedacht, ich könnte mir endlich mal Leiter craften, dass ich da auch ohne so eine Brücke, die ehrenfällig gegen Creepers, hinkomme. Wo gehen wir aber auch noch mal in meinem Haus? Oh, fuck it. Wenn ich es jetzt nicht finde, habe ich ein Problem. Ach, das finde ich schon irgendwie. Wir tauchen auf jeden Fall mal hin. Ähm. Ich wollte mir Leitern basteln, statt ich hoch ins Haus komme und mir vielleicht noch eine Dachetage machen. Dann könnte ich mir noch eine Schaufel craften, dass ich mir ein bisschen Sand abbauen kann für Glas. Ich habe jetzt genug Kohle. Heißt, ich muss nicht mit Holz feuern, was sehr, sehr holzgierig ist. Okay, da ist Bambus, das ist gut. Und ich sehe schon... Ich sehe unser Haus schon da oben. Gut getan. Äh, ah, das ist Bambus, Bambus, Bambus. Bambus könnte ich auch noch gerade verwenden. Oder an sich ein bisschen Bambus pflanzen. Gerade am See, ich meine. Das bietet sich an. Also ich sehe Fluss hier. So, wo haben wir dich, Bambus? Sugarcans. Oh. Heißt Zuckerrohr. Egal, wollen wir Zuckerrohr pflanzen? Wir machen hier gerade eine kleine Zuckerrohr. Doof. Egal, es bleibt da. Zuckerrohr Anbaufläche an einem eigenen Fluss. Yay. So. Die Pilze sind auch gerade mit, weil Pilze sind nie schlecht, vor allem wenn ich mal weiß, wie man Pilze macht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es geht. Ich habe nur keine Ahnung, wie. Weil ich dachte, irgendwie zu doof bin. Okay, unten habe ich eine kleine, plätzlichen... Weiß gar nicht. Ausgekühlte Bucht. Keine Ahnung. Wollen wir hier hoch? Äh. Wir wollen hier hoch. Und unser Haus ist rechts. Heißt, wir wollen rechts. Jetzt diesen... Irgendwas fehlt hier. Mhm. Ich hasse Creeper. Da fehlt nämlich. Eigentlich ein Holz, aber ein Dirt wird es auch machen. Yay. Nein, ich will da hoch. Ich will da immer noch hoch. Das gestrubst im Weg. Ich will da immer noch hoch. Oh, Alter. Was. Was ein Aufwand. So. Was wollen wir zuerst machen? Wir wollen erst unseren Ofen mit Kohle füttern. So, die Hälfte. Na, vielleicht ein bisschen mehr. Die restliche Seite... Nein. Äh, doch. Erstmal genau. Wir können die erstmal aussortieren. Heißt, was brauchen wir nicht? Doch, die brauchen wir. Scheiße. Was wir nicht brauchen sind... Pilze. Settling brauchen wir. Großfleisch brauchen wir nicht. Heißt, wir wollen das erstmal brennen. Das kann so dann brennen. Wir wollen... Unsere paar Fackeln craften. Hierfür. Diese Settlinge können wir gleich gleich dann setzen. Wir können... Wir können bemerken, dass wir ganz, ganz dringend irgendwie Holz brauchen. Und wir müssen noch ein paar mehr Fackeln craften. So. Haben wir eine Kohle übrig, was wir ganz gechillt in den Ofen stehen können? Nein, das kommt in den Ofen. Ähm... Wolle. Genau. Ganz, ganz wichtig. Hier ist kein Holz... Ah, ich hab ja Glück, weil es passt. Wir wollen uns ein Bett craften. Äh... Können wir das hier hinstellen? Ich wusste's. Das ist doch ein Scheiß. Heißt, wir wollen... So ein erhöhtes Bett bauen. Mit... So was. Nein, nicht so was. Du willst ganz schnell wieder weg. Und hier hin. Und das Bett will da oben drauf. War somit noch relativ. Es ist nachts. Und ich kann in das Bett. Sehr gut. Aber ich lieg da relativ eingequetscht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da so liegen will. Äh... Äh... Genau das war mein Problem. Was zur Hölle soll das? Das ist nicht fair. Das ist definitiv nicht fair. Ich persönlich... Ich persönlich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich bin nicht gestorben aus Dummheit. Ich kannte diesen Bug nicht. Ich weiß, dass es Bettenbugs gibt, aber... Ich konnte gerade nichts machen. Ich überleg mir was. Bis dahin. Ciao, ciao. So...